Hi Leute, das Sano hier. Ich zeige euch heute, wie eisern die eiserne Lunge wirklich ist. Wer Bock auf ein LMG-Bild hat, hat richtig Bock gemacht. Und was der Sante-Elmos-Engine vom Spielstil her in nichts nachsteht, der wird hiermit seine helle Freude haben. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Abo, ein Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Schaut gerne auf Twitch. Schaut gerne auf Twitch. Schaut gerne auf Twitch. Schaut gerne auf Twitch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schießen heizt die Waffe auf und füllt die Hitzeanzeige. Die Anzeige entspricht 50% der Standardmagazingröße der Waffe. Wenn die Anzeige voll ist, verbrennen die Geschosse getroffene Gegner. Wenn nicht geschossen wird, verringert sich die Anzeige kontinuierlich nachladen oder ein Waffenwechsel leert die Anzeige vollständig. Weiß durchdrücken, Dauerfeuer und mit dem Bild hier können wir das auch super hinbekommen. Haben wir überhaupt kein Problem damit, permanent die Brandmunition auf die Gegner loszulassen. Und dementsprechend, ich finde den Stil schon geil, das können sie ja, gell? Können sie. So, und zwar, wie haben wir das Ganze aufgebaut? Fangen wir erst mit der Spezi an. Ihr habt es jetzt gerade schon ein bisschen gesehen. Fangen wir mit der Spezi an. Da geht am Richtschützen eigentlich fast nichts vorbei. Weil Richtschütze und LMGs passen eigentlich einfach super zusammen. Das größte Manko der Eisernen Lunge ist die Nachladegeschwindigkeit. Und die bekommt hierdurch allein schon durch den Richtschützen ein bisschen einen Buff und wird verringert. Weil durch das Verbindungsstück jedes dritte Nachladen erfolgt um 50% schneller. Das habt ihr wahrscheinlich im Gameplay auch schon gesehen. Das kriegen wir damit deutlich besser gehandelt. So, 10% Rüstung bei Tötung. Und einer meiner Lieblingsfähigkeiten, die ich jetzt schon länger nicht mehr in dem Bild benutzt habe, ist der Todesfäh-Impuls. Und den gibt es halt wie gesagt nur mit dem Richtschützen. Der verwirrt Gegner, der hält einen Gegner vom Leib. Ich liebe dieses Ding. Und der Sound davon ist absolut brutal. So, Munition gibt es auch für das ganze Team und für sich selbst. Alle 60 Sekunden. Deswegen passt es wunderbar. Leider können wir nicht von der großen Munitionstasche Gebrauch machen, weil die Fick sind bei den exotischen Waffen. Aber dann passt es. So, die eiserne Lunge gehört wie zu den neueren exotischen Waffen, zu denen, die man umrollen kann. Das heißt, eure eiserne Lunge, die ihr bekommt, muss nicht so aussehen wie meine jetzt. Die hat wahrscheinlich LMG-Schaden und Schaden gegen Ungedeckte sowieso drauf. Aber das dritte Attribut kann ein anderes sein. So, jetzt müsst ihr schauen, ob das für euch passt, ob ihr das so möchtet. Oder ob ihr, was ich euch empfehlen würde, hier halt wie gesagt Rüstungsschaden drauf zu ballern. Da multiplikativ und auf LMG ist eh sehr nice. Würde ich euch empfehlen. Wie ihr das Ganze macht, einfach an der Crafting-Station geht ihr zu Waffen, geht runter zu euren Blaupausen und wählt dann entsprechend die eiserne Lunge aus und rekonstruiert die. Passt nur auf, dass ihr die nicht klein macht, wenn euch das Attribut nicht gefällt, das dritte. Weil ihr braucht diese eiserne Lunge, die ihr da gebaut habt, braucht ihr wieder, um sie neu zu bauen. So, an die Waffe und an die Blaupause dafür kommt ihr einfach über den Season Pass. Das ist ganz einfach. Ihr spielt und bekommt dann mit, was war es? Ich glaube es war 90 und 91. Genau, 90 die eiserne Lunge, 91 die Blaupause dafür. Und dann könnt ihr loslegen. So, wie gesagt Richtschütze, dann die eiserne Lunge. Zweitwaffe ist vollkommen wurscht. Die Pistole ist auch vollkommen wurscht. Das Set, das ich hier benutze, ist Umbra. Umbra bietet sich so dermaßen gut an für die eiserne Lunge. Weil, für alle die es nicht wissen, wir kriegen hier sehr schön Chance of Crit schon raus. Bekommen 30% Nachladetempo, was dem LMG natürlich sehr, sehr zugute kommt. Was ihr auch seht. Und dann habt ihr, das Talent von Umbra ist ganz einfach erklärt. Wenn ihr in eine aktive Deckung geht, baut ihr Stacks auf. Wenn ihr aus der Deckung raus geht, baut ihr wiederum andere Stacks auf. Und die anderen Stacks bauen sich ab. Ihr geht aus, also wenn ihr in der Deckung sitzt, geht raus, bekommt ihr einen Damage Buff, einen sehr, sehr guten Feuerrad Buff. Und währenddessen lädt sich der andere Buffer auf. Wenn ihr wieder in Deckung geht, heilt ihr euch. Das passt so gut in den Spielstil rein. Ich zeige es euch aber gleich auch nochmal, dass das für mich ein absoluter No-Brainer gewesen ist. Und ihr könnt, wie gesagt, ich habe hier, das waren noch ältere Teile, die ich für ein anderes Bild benutzt habe. Ich habe hier zwei blaue Kerne mit drin. Braucht ihr nicht unbedingt. Ihr könnt ruhig All-In gehen. Könnt ihr auch noch rot würfeln und gib ihm. Die Handschuhe. Ganz klar, bei einem LMG absolute Empfehlung sind die Dienstleisterhandschuhe von Petrov. Die haben den Markensatzbonus. LMG-Schaden nutzen wir. Die haben Rüstungsschaden als multiplikativen Faktors, multiplikatives Damage-Attribut noch obendrauf, was on top kommt zu dem, was wir eh schon haben auf dem LMG. Und ja, zu guter Letzt nutzen wir ein Talent, das neu hinzugekommen ist mit der Season. Und zwar ist das Lengmo, der benannte Rucksack Rückgrat. Und der hat, ich brauche noch einen besseren, und dann müsst ihr den noch hochwerfen. Der ist recht schwer zu kriegen, aber der hat das Talent Perfekte und aufhalsame Kraft. Was richtig, richtig geil ist, weil das Töten eines Gegners erhöht den gesamten Waffenschaden 15 Sekunden lang um 7%. Kann bis zu 5 mal gestapelt werden. 5 mal 7 sind 35%. Tötungen mit einer Granate fügen 2 Stapel hinzu. So, ja, Granate zu töten. In einer anderen Kombi, super. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr gutes Talent und passt auch super in den Spielstil rein. So, die Skills, die ich genutzt habe. Wir haben den Richtschützen, weil wir den Todesempfiehpuls haben. Den, wie gesagt, kannst du euch empfehlen. Spielt damit rum, super geil. Als zweites habe ich den Köder mitgenommen. Einfach damit wir noch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr die Gegner von uns abhalten können. Und dadurch brauchen wir auch gar keine Heilung. Die Heilung holen wir uns über Umbra. Schauen wir uns nochmal kurz die Werte an. Zwar sind wir auch sehr schön, wie gesagt, das eine habe ich noch nicht hochgerollt, da geht noch ein bisschen mehr. Könnte man dann eventuell sogar nach einem Mod austauschen. Wir sind im Moment bei 52,8 Chance of Crit, bei 113% Schaden durch kritische Treffer. Die steigen natürlich noch enorm an. Dadurch, dass wir den Buff von Umbra auch nochmal Schaden durch kritische Treffer und halt Feuerrate on top bekommen. So, der Rest sieht dann wie folgt aus. So, bevor wir runtergehen, will ich euch das Ganze mal kurz draußen zeigen, um den Spielstil ein bisschen besser zu verdeutlichen. Schau mal, hier bin ich direkt richtig. Hier geht direkt die Post ab. Inklusive Convoy. Und schauen wir mal. Wie gesagt, ihr seht jetzt, dass wir uns in Deckung befinden. Dadurch baut sich der Umbra Damage Buff auf. Rufen wir mal die Allies. Werfen unseren Köder. Gehen rein. Und fangen an zu schrödern. Ihr seht die Nachleitergeschwindigkeit, dass die absolute in Ordnung ist. Jedes Mal, wenn ihr in Deckung geht, könnt ihr kurz den Buff wieder auffüllen. Denn wir brauchen den Damage Buff. In der Zeit könnt ihr nachladen. Das ist sehr, sehr geil. Natürlich werden wir jetzt von hinten lackiert. Aber ihr seht, was ich meine. Noch ein kurzer Tipp vorweg, was ich auch ausprobiert habe, was tatsächlich gut geht, aber auch ein bisschen schwierig zu spielen ist. Und man verliert ein bisschen an Damage. ist, wenn man auf die Knieschoner geht und nimmt die Ninja Bike Messenger Knieschoner mit. Wir haben das Talent Parcours. Dadurch umgeht ihr ein bisschen die Nachlade, die längere Nachladephase von LMGs oder von anderen Waffen von anderen Waffen entsprechend. Und ihr müsst es halt nutzen. Eine Position von Deckung zu Deckung, die kann auch nur einen Meter betragen. Die lädt schon die Waffe nach. Oder wenn ihr über irgendwas drüber hüpft oder rutscht oder so, dann lädt es auch nach. Kann man machen. Fand es aber tatsächlich die andere Variante dann doch ein bisschen besser vom Spielstil. Hat besser zu mir gepasst. Aber wie gesagt, ich wollte euch nur die Option sagen, dass ihr damit auch mal rumspielen könnt. Weil ansonsten werden die eh kaum ja werden kaum genutzt die Ninja Bike Knieschoner. Die müsste eigentlich auch nochmal gebackt werden. Aber ja. So, okay. Pass auf, eben habt ihr es draußen gesehen. Hier nochmal so. Unten der Buff baut sich auf, der andere baut sich ab. Und dann können wir loslegen. Ihr seht, dass wir wie gesagt überhaupt keine Probleme haben, die Brandmunition zu stacken, weil wir das Dauerfeuer so schnell durchziehen können. Dadurch, dass wir die erhöhte Feuerrate und alles von Umbra haben, gehen kurz in Deckung, heilen uns hoch, sollten wir Damage kriegen und machen dann schön weiter. Ich finde, es ist ein richtig, richtig geiles Bild geworden und macht wirklich Spaß. So. Leute, in dem Sinne, das war es von mir. Habt ihr persönlich schon selbst mit der eisernen Lunge ein bisschen rumprobiert? Mögt ihr? Ich weiß, dass viele von euch LMG-Bilds mögen. Hoffen wir in die Kommentare, was ihr gebastelt habt. Ich sage, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye. Wir Level告訴 Sie, wir gehen. siempre fertig. Auf Wiedersehen. Wenn,